immer noch ganz ganz wenige sachen keine fertige sachen warum musste ganz wenige sachen essen keine fertige sache fertige sachen kleine missgeburten kinder aller verpiss dich jetzt kommt da nicht hoch jetzt ist einer pass auf Hier bei uns im Ding. Ich höre da was. Ja, das ist ein Wanner, das ist Salz. Scheißdorf. Die Junge, die ist aber dunkel, das ist feuer nicht. Gott sei Dank. Wo war der? Direkt ins Reikestrieks. Der pusht jetzt gleich rechts draussen. Ok, der hinverlust. Alter, hab ich. Keine Glöckchen. Alter. Läuft! Ach Mann. Im Hallway-Zone. Genau. Ja. Dragon Sails. Da vorbei. Perfekt aus. Was war das? Hast du geschossen? Ja. Der ist ganz rechts drüben. Der letzte war bei Bomben, ja. Wir gehen bei B rein. Da wir sehen. Jetzt in der Summe-Zone. Das ist eine Plette. Gem ab. Stamm. Alter, kriegt der nen Headshot! Ah, wie geil, Mann! Weißt du, hast du einen Res? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich spiel auf jeden Fall auf 400 DPI. Okay, schau mal gleich nach. Versteller. Alter, what the fuck? Oh moin, moin Splash. Ja, nach der Runde könnten wir da ein Casual oder so spielen. Weil ich will mal eine von euren DPI's testen. Okay. Ich hab 3200. Ich hab überall 525 stehen. Nein, das steht ja hier drin. Ich hab 2500. Überall.